ja die jahre leute anhand hat sich um jetzt einer weiteren folge im wort wenn zusammen mit dem markus und burs im fändigen sind den nächsten kreis der kreis von meinen gestohlenen dräume und meinen zuvor hat gleich mal wieder am start der quest uns 75 energie ausgetragen ausgegraben gehabt bevor wir überhaupt hier waren dahinten ja auch nicht vor hier ist denn auch schon wieder zwei stück und bin schon fertig ja eben vor die mission gestartet hatte ich schon hier ein ja weil drei stück einfach schon rumlagen direkt am spawnen durch meinen hund der kreis kreis d kreis wir haben seitdem sich jetzt übrigens gleich gegenseitig vielleicht kann ich durch die wand schon verfluchen aber der prügelt sich wieder mit meinem hund so und komm mal her schau mal hier ist ein verschlossener schrank in den Schrank nebenher war es nicht geöffnet was das falsch verstanden Bösser Lapo Komm, wir öffnen den Schrank Schade Schaden Sie sich, die Grenier sind auf der Weg Nein. Doch. Einmal kompletter Energieverlust. Sehr cool auf einem Energiechar. Auch passen. Ja, ja, ja. Die Dinger sind nicht. Die könnte ich jetzt halt übernehmen, aber nein. Ah, mein Hund hat wieder Energie ausgegraben. Okay, ich kann sie doch wieder übernehmen. Dann übernehme ich mal den rechts hier, dann können wir vorbeilaufen, okay? Jetzt dürfte theoretisch nichts passieren. Ja, der ist auf unserer Seite. Und irgendwo da unten rennt auch noch ein Fußsoldater. Was ist das hier für ein Laser? Und jetzt einmal zurück. Kann man nicht auch irgendwie hier nach oben? Hey, wir müssen da runter. Nein, wir müssen hier hoch. Ah, ich bin hier nicht wieder runtergefallen. Fuck, es war erst reingerannt. Ich nicht. Boris. Rettet denn? Ja, ich mach den richtigen Weg. Den obenrum. Wie schön ist das? Ja, aber du bist auch in das Ding reingerannt. Nein, ich hab den Lift genommen. Ja, eben. Ich war auch beim Lift, aber du bist auch in die Alarmanlage reingerannt. So, wir haben den ersten gefunden. Zwei Stück müssen wir schaffen von den drei, sonst ist die Mission und Fehl geschlagen. So, einen brauchen wir noch. Oh. Oh. Ich kann es nicht mehr sehen. ja, jetzt wird man wieder an den Schrank geknackt bekommen hier Oh, ich hab hier einen Napal-Typen Der hat Lapu übern Haufen geschossen Frechheit Ich hab ihn noch gleich übernommen und lass ihn jetzt mal für mich Leute übern Haufen schießen Und dann geht's Und dann geht's Was ist das? Das ist glaube ich auch geil. Ja, ist neu. Alarms! Data Destruction is imminent. Oh Mann! Ich wusste nicht. Ja, was glaub ich es war. Ich wusste nicht. Hey, ich auch nicht. Ich dachte, dass du es warst. Ja, ich war allein in einem Gang drin. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich war bei dir, Sven. Ja, geil. Wo ist das Ding überhaupt? Das ist einfach eine riesige Anlage, wo überall... Da! Da muss was liegen. Ja, sechs Sekunden, Digga. Lass stecken. Ja, wenn der nächste verloren geht, haben wir ganz verloren. Geil. Ja, den müssen wir jetzt schaffen. Müssen. Ja. Du bist in den Grineer. Du bist in den Grineer-Marinen. ähm, wot? heavy grineer approaching uuh abräumt, aah weg, warte, 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 warte ich kann mich übernehmen der ist boah, hast du ihn getötet doch, jetzt natürlich hast du ihn getötet jetzt aber hm Alarms haben geschlossen ich kann mich übernehmen was ich bin Wow Ey, ich räume 20 mit 3 Wächtern 3 von 3 So, und jetzt Konzentration Ah, das ist das Runding, das mach ich Ach, tun wir Ich hoffe, die Ausdauer von meinem Mix reicht, aber ich denk schon Ich hab's auch schon geschafft, aber So, geschafft Jetzt bin ich hier oben, jetzt muss ich hier oben rum Und jetzt hier und das da They won't even know it's gone That's it That's an arcane Codex Ah, hier hinten kommen auch hier rein Ja Dafür muss man die Dinger hacken, das ist immer der hässliche Weg Und Drohnen sind da glaub ich, ja Ja Deswegen, ja, das ist der hässliche Weg Dann muss man die Dinger hacken Und Drohnen kann... Dann wäre es schön Dass man die Dinger Dinger Was ist das? Oh, ja. Das war meiner, aber diesmal. Ja. Meiner hat gerade zwei Stück in dem Raum hier geknackt. Der, ja. So, jetzt muss ich auf den anderen Raum. Den hab ich schon. Ja, aber da war was, oder? Naja, da war was. Oh, bisschen ferrit. Und jetzt knackt dieses Schloss. Ah, dein Hund mal... Oh, ist offen. Jetzt können wir dann wieder Dinge knacken. Und du hast da oben ne Kiste vergessen. Ich spiele. Schnaff-Koordinaten. Gut, ich komme. Warte, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Ich gehe da mal wieder in die Phase der Konzentration über. Also, ich mache das schon ein bisschen hier. Oh, mein Hund rüttelt. Ja, da kann noch was raus und wir haben es bekommen. Ja, mein Nix ist endlich Level 30. So, Leute, an der Stelle die nächsten Runde, beziehungsweise Quack von Gestohlene Träume. Mal gucken, was die Story uns jetzt noch so zu erzählen hat. Weil wir haben jetzt ja hier wieder so ein Teil mitgenommen. Okay, ich mache jetzt... Zwei Codes und trotzdem schafft es weder der Computer noch dieser seltene irgendwas aus dem rauszulesen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir wahrscheinlich den letzten Code holen müssen. Bis dahin, Leute, würde ich sagen, war es an der Stelle. Wir sehen uns. Servus und ciao. Ciao. Tschö. 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 Tschö.